Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuesten Tutorial. Mein Name ist Hendrik Balani und ich zeige Ihnen heute die Musterdatensätze der Winmax Steuerung. Mit diesem nützlichen Feature können Sie einzelne Datensätze oder auch ein ganzes Programm an verschiedenen Positionen wieder aufrufen oder in verschiedenen Regeln vervielfältigen. Wie Sie das direkt an der Steuerung programmieren können, zeige ich Ihnen wie immer an unserer Konsole. Bei der Programmierung von Musterdatensätzen sind bestimmte, grundlegende Programmierregeln zu beachten. Diese werde ich Ihnen in den nächsten Minuten anhand eines einfachen Beispiels aufzeigen. Wir wechseln nun zunächst über die Taste Korrektur in die Programmübersicht und sehen, dass ich bereits zwei Datensätze, eine Tasche und eine Insel programmiert habe. Diese sehen in der grafischen Simulation wie folgt aus. Anhand dieses einfachen Programmbeispiels zeige ich Ihnen jetzt, wie Sie das Bauteil vervielfältigen oder zum Beispiel verschieben können. Hierfür wechseln wir wieder über die Taste Korrektur in unsere Programmübersicht. Musterdatensätze müssen immer wie Klammern aufgebaut werden. Bedeutet, wir benötigen einen neuen Datensatz vor dem Bereich, den wir vervielfältigen möchten, und einen Datensatz dahinter. Am einfachsten können Sie über die Taste Korrektur in der Programmübersicht, über den Softkey F7 Datensatz voreinfügen und den Softkey F4 einen neuen Musterdatensatz erstellen. Hier finden Sie nun die verschiedenen Musterfunktionen, die wir Ihnen im weiteren Video nach und nach vorstellen werden. In unserem Beispiel nutzen wir nun zunächst über den Softkey F1 ein Wiederholungsmuster, um unser Bearbeitungsbeispiel zu vervielfältigen. Auch hier gibt es wieder verschiedene Unterfunktionen, wie zum Beispiel rechtwinklig anordnen, auf Gerade verschieben oder auf Kreis oder auf einem Kreis rotieren, auch diese werden wir Ihnen nach und nach präsentieren. Wir nutzen in unserem Beispiel F1 Muster rechtwinklig anordnen. Diese Funktion kann beispielsweise dazu genutzt werden, ein bestimmtes Originalmuster in einer bestimmten Anzahl in X und einer bestimmten Anzahl in Y, jeweils um einen definierten Abstand in X und in Y zu verschieben. Wenn Sie alle Eingabefelder ausgefüllt haben, können Sie über die Taste Korrektur wieder in Ihre Programmübersicht wechseln. Sie sehen, dass wir nun einen Datensatz vor unserem Bearbeitungsbereich eingefügt haben. Über den Softkey F7 Datensatz vorher einfügen und F4 Muster können Sie über den Softkey F5 Musterende nun am Ende des Bearbeitungsbereichs einen weiteren Datensatz einfügen. Unser Muster ist nun vollständig definiert und Sie können in der grafischen Simulation Ihr Programm ablaufen lassen. Dieses sieht in unserem Beispiel so aus. Unser Originalmuster wird in einem bestimmten Abstand in unserem Beispiel 100 dreimal in X verschoben und in einem bestimmten Abstand 80 mm zweimal in Y. Somit entsteht in unserem Beispiel eine Sechsfachverschiebung. Wie Sie sehen, besteht ein vollständig definiertes Muster, also immer aus einer Definition, der Klammer auf, in unserem Beispiel im rechtwinklig anordnen, und einer Klammer zu, in unserem Beispiel das Musterende an Datensatz Nummer 4. Wenn Sie das Musterende mal vergessen und Ihr Programm anschließend simulieren, kriegen Sie eine fehlende Musterende Datensatzmeldung und Sie können den Datensatz über die Taste Korrektur am einfachsten wieder einfügen. Sollten Sie, wie Sie jetzt sehen, mal zu viele Musterende Datensätze in Ihrem Programm haben, wie in unserem Beispiel, also Datensatz 4 und 5, bekommen Sie ebenfalls bei der grafischen Simulation eine Hinweismeldung zu viele Musterende Datensätze. Es ist also wichtig, dass Sie die Musterdatensätze korrekt anordnen und in der korrekten Anzahl in Ihrem Programm vorhanden haben. Schauen wir uns nun die einzelnen Musterfunktionen einmal etwas genauer an. Wir starten immer aus dem eigentlichen Musterbildschirm und wechseln nun zunächst über den SoftG F1 in die Wiederholungsmuster. Beginnen wir mit dem rechtwinklig Anordnen. Diese Musterfunktion kennen Sie bereits aus den Grundlagen dieses Videos. Diese Funktion können Sie immer dann nutzen, wenn Sie ein bestimmtes Bauteil oder einen bestimmten Bearbeitungsbereich in die Richtung X und Y in einem gleichmäßigen Wiederholungsabstand vervielfältigen möchten. Fahren wir fort mit der Funktion Muster verschieben auf Geraden, die Sie ebenfalls über den SoftG F1 Wiederholungsmuster und dem SoftG F2 in Ihr Programm einfügen können. In dieser Funktion wird ein bestimmtes Originalmuster in eine Richtung um die bestimmte Anzahl verschoben. Der Abstand kann entweder entlang der Linearachsen X oder Y zueinander angegeben werden oder entlang eines Winkels. In unserem Beispiel nutzen wir einen Abstand in X um 100 mm und geben zusätzlich einen Winkel von 30 Grad an. Somit ist der Abstand der Elemente zueinander 115,47 mm. In der grafischen Simulation sieht unsere Musterverschiebung dann wie folgt aus. Das Original wird entlang der X-Achse um 100 mm und einem Winkel von 30 Grad verschoben. Die Musterfunktion Verschieben auf Kreis finden Sie ebenfalls über F1 Wiederholungsmuster unter dem SoftKey F3. Diese Funktion können Sie nutzen um ein bestimmtes Original um einen bestimmten Mittelpunkt zu verschieben. Die Orientierung des Musters bleibt hierbei immer identisch. Zunächst können wir die Anzahl der verschiedenen Verschiebungen programmieren. Gefolgt von der Eingabe des Mittelpunktes in unserem Beispiel X0 und Y0. Dies ist der Punkt um den das Originalmuster verdreht wird. Soll das Originalmuster bereits verschoben werden, können Sie diese Rotation in den Parameter Drehung aus Ursprung in unserem Beispiel 10 Grad eingeben. Der Rotationswinkel definiert die Verdrehung der einzelnen Elemente zueinander. In unserem Beispiel 72 Grad und somit um einen Vollkreis. Damit die Orientierung des Musters beibehalten werden kann, muss eine bestimmte X- und Y-Referenz, in unserem Fall die Mitte des Elements, minus 50 und 0 eingegeben werden. In der grafischen Simulation sieht unsere Verschiebung dann wie folgt aus. Wie Sie sehen können, wird die original programmierte Kontur 5 mal um unseren programmierten Mittelpunkt verschoben. Das Original wurde um 10 Grad aus der original programmierten Position verdreht und anschließend folgen 5 Verschiebungen a 72 Grad. Die Orientierung des Bauteils wird immer beibehalten. Die Musterfunktion Rotierenaufkreis finden Sie ebenfalls über F1-Wiederholungsmuster und dem Softkey F4. Diese Musterfunktion ähnelt sehr der Musterfunktion Verschiebenaufkreis, mit dem Unterschied, dass die Orientierung des Bauteils diesmal nicht beibehalten, sondern mitrotiert wird. Wir geben ganz ähnliche Parameter wie im letzten Beispiel an, mit dem Unterschied, dass wir diesmal mit einer Drehung aus Ursprung von 0 Grad arbeiten. In der grafischen Simulation sieht das Ganze dann wie folgt aus. Sie sehen, dass auch diesmal das Originalmuster 5 mal um jeweils 72 Grad rotiert wird. Diesmal ist die Rotierung der einzelnen Zapfen in der Mitte der Tasche allerdings nicht gleichmäßig, sondern diese wird auch um 72 Grad jeweils rotiert. In der grafischen Simulation wird die unterschiedliche Ausrichtung der Zapfen deutlich ersichtlich. Fahren wir fort mit der Musterfunktion Verschiebenaufpositionen, die Sie über den Softkey F2 in Ihr Programm einfügen können. Diese Funktion können Sie immer dann nutzen, wenn Ihre Bearbeitung oder Ihr Programm an verschiedene nicht gleichmäßige Positionen verschoben werden sollen. Hier können Sie in die verschiedenen Zeilen ganz frei x, y und z Koordinaten, also x, y und z Verschiebungen einfügen. In unserem Beispiel geben wir vier verschiedene Verschiebungen sowohl in x, y als auch in z in unserem Musterdatensatz ein, wodurch am Ende unser Original viermal verschoben wird. In der grafischen Simulation sieht das Ganze am Ende so aus. Wie Sie sehen können, wird sowohl unser Original als auch drei verschiedene Verschiebungen bearbeitet. Wenn Sie die Transparenz in Ihrer grafischen Simulation aktivieren, können Sie sehen, dass die unterschiedlichen Verschiebungen auch auf unterschiedlichen Z-Koordinaten sind. Zunächst wird das Original auf der Verschiebung 0, 0, 0 bearbeitet, also x, 0, y und z, 0. Wenn Sie das Original in Ihrem Fertigteil haben möchten, muss diese Verschiebung auch unbedingt eingetragen werden. Das Muster skalieren, das Sie über den Softkey F3 in Ihr Programm einfügen können, dient dazu, ein bestimmtes Originalmuster, um bestimmte x, y und z Faktoren entweder zu vergrößern oder zu verkleinern. Genutzt wird hierfür immer ein bestimmter Referenzpunkt und anschließend wird das Bauteil in die Richtung x, y und z um die spezifischen Faktoren vergrößert. In unserem Beispiel liegt der Referenzpunkt genau in der Mitte des Originalobjekts und unsere Faktoren sind in x2, in y2 und in z1. In der grafischen Simulation sieht das Ganze dann anschließend wie folgt aus. Das Bauteil wurde nun in x und y um unseren Mittelpunkt vergrößert, bedeutet wir haben nun den doppelten Durchmesser. Und der Abstand zum Mittelpunkt ist mit einem Abstand von minus 50 identisch geblieben. Der letzte Musterdatensatz der Winmax-Steuerung ist der Spiegeldatensatz, den Sie über den Softkey F4 in Ihr Programm einfügen können. Mit diesem Datensatz können Sie aus einem Originalmuster ein Spiegelbauteil erzeugen. Der Parameter Original auch entscheidet, ob nur das Spiegelbauteil bei der Eingabe von Nein gefertigt werden soll oder bei der Eingabe von Ja sowohl das Spiegelbauteil als auch das Originalmuster. Anschließend können Sie über die x- und y-Koordinaten eine beliebige Koordinate auf der Spiegelachse eingeben. Die Eingabe der korrekten Koordinaten auf der Spiegelachse ist sehr wichtig, da dadurch die Position des Spiegelobjekts definiert wird. In unserem Fall möchten wir entlang der y-Achse spiegeln, wodurch die x-Koordinate den Abstand der beiden Elemente zueinander definiert. Ob wir nun als y-Koordinate plus 3000, minus 3000 oder 0 eingeben, gibt hierbei keine Rolle. Der Winkel definiert die Lage unserer Spiegelachse. Bei einer Eingabe von 0 liegt die Spiegelachse entlang der x-Achse. In unserem Beispiel möchten wir entlang der y-Achse spiegeln und geben somit einen Winkel von 90 Grad ein. In der grafischen Simulation sieht unser Beispiel dann wie folgt aus. Wir erhalten zwei verschiedene Objekte, einmal links das Original und rechts das gespiegelte. In unserem Beispiel haben wir entlang der y-Achse gespiegelt, wodurch die Bauteile einen bestimmten Abstand haben. Wenn wir nun die x-Koordinate verändern, in unserem Beispiel auf x-10, und anschließend das Bauteil erneut simulieren, sehen wir, dass die Bauteile näher aneinander gerückt sind, da die Spiegelachse jetzt nicht mehr bei x0, sondern x-10 liegt. Beim Spiegeln von Datensätzen ist zu beachten, dass die Steuerung die Fräsrichtung, also Gleichlauf und Gegenlauf, immer beibehält. In Linien- und Bögendatensätzen entsteht hierfür ein zusätzlicher Parameter, umgekehrt spiegeln ja oder nein. Mit diesem Parameter kann eingestellt werden, dass die Steuerung beim Spiegeln nicht die Fräsrichtung, also den Gleichlauf und Gegenlauf beibehält, sondern die programmierte Konturrichtung. Besonders bei der Programmierung von Helix-Segmenten ist dieses sehr wichtig, da ansonsten eine im Gleichlauf von oben nach unten programmierte Helix von unten nach oben bearbeitet werden würde. Hierfür kann der Parameter mit Nein eingestellt werden. Musterdatensätze können auch sehr gut verschachtelt werden. Also zum Beispiel kann ein Muster in ein Muster eingepackt werden. Hierfür sind auch wieder die Regeln zu beachten, dass für jede Definition ein Musterende eingefügt werden muss. In unserem Beispiel beginnen wir mit einem Muster verschieben auf Position, um unser Originalmuster, zum Beispiel minus 200 mm in X und minus 250 mm in Y zu verschieben. Für diesen Muster-Definitionsdatensatz benötigen wir selbstverständlich einen Musterende-Datensatz, der das Muster definiert. In unserem Beispiel sieht das Ganze dann wie folgt aus. Das Muster wurde um bestimmte Variablen in X und Y verschoben. Nun möchten wir ausgehend von dieser Verschiebung ein weiteres Muster definieren. Hierfür definieren wir vor dem Musterverschieben-Datensatz ein weiteres Muster. In unserem Beispiel Muster rotieren auf Kreis. Wir möchten diese Verschiebung nun 5 mal um einen Mittelpunkt X-300 und Y-250 rotieren, und zwar um einen Rotationswinkel von 72 Grad. Auch hierfür benötigen wir wieder den entsprechenden Musterende-Datensatz, wodurch wir am Programmende zwei verschiedene Musterende-Datensätze haben. In der grafischen Simulation sieht das Ganze dann wie folgt aus. Unser verschobenes Original wird um den definierten Mittelpunkt 5 mal rotiert. Auch diese Musterverschachtelung können Sie weiterführen. In unserem Beispiel packen wir als neuen ersten Datensatz ein weiteres Muster, das Muster rechtwinklig anordnen in unser Programm. Mit einem Beispiel X4, Y2, um einen jeweiligen Abstand in X von 250 mm und Y 250 mm. Hier benötigen wir selbstverständlich am Programmende ein weiteres Musterende, wodurch wir jeweils drei Musterdefinitionen und drei Musterende-Datensätze haben. In der grafischen Simulation wird unser Original nun zunächst verschoben, anschließend rotiert und diese Verschiebung und Rotation in den verschiedenen rechtwinklig anordnenen Abständen insgesamt achtmal wiederholt. Diese Verschachtelung können Sie beliebig oft durchführen. Das war's dann zum Thema Muster-Datensätze im Dialog. Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesem kleinen Video dieses Basic der Winmax-Steuerung etwas näher bringen können und die Arbeit an den verschiedenen Bauteilen damit erleichtern können. Liken Sie das Video gerne. Und wenn Sie möchten, können Sie uns gerne auch einen Kommentar da lassen. Abonnieren Sie auch auf jeden Fall unseren YouTube-Channel, um in Zukunft kein Video mehr zu verpassen. Und natürlich möchte ich mich auch dieses Mal wieder bei Ihnen verabschieden und verbleibe mit freundlichen Grüßen aus der AWT.